jo leute was geht ab ich bin's wieder euer Fusui Ahlat und in diesem video machen wir mal die Siri Challenge für alle die nicht wissen wie die Siri Challenge geht also für die die nicht wissen wie die Siri Challenge geht so wir fragen jetzt gleich Siri welchen Skin wir nehmen sollen also wir sagen sie soll jetzt eine Zahl von 1 und 15 sagen und diese Zahl die sie dann nimmt diesen Skin müssten wir nehmen das gleiche machen wir auch dann beim Modus okay ich frage Siri jetzt schnell okay Leute wie ihr gesehen habt sie will dass wir Showdown spielen so Showdown und jetzt machen wir das auch noch mit den Skins okay Leute sie hat Drettchen ausgewählt das heißt Penny Leute auf jeden Fall ist jetzt nicht ganz schlimm Penny ist auch schon gut Leute auf jeden Fall schaut auch mal bei meinem Cousin vorbei Link ist in der Beschreibung macht ihn auch so die 10 die 10 Abos voll werde mich freuen und mein Cousin auch und ja wäre auch Ehre wenn ihr das machen könnt wie bei mir auf jeden Fall danke für die 10 Abonnenten ihr seid Ehre Männer ich hoffe in dieser Challenge holen wir den ein oder anderen Sieg verkackt mich direkt oh der war schön ach da ist ein Repo wie ihr seht ich und ich und mein Mate haben hier gerade diesen kleinen Gora seht oh hab ihn was macht der ich hab ihn schon längst geholt der macht nochmal ja down ja auch down Leute diese Runde haben wir hier gerade anders rasiert da ist ein Poké mit vier gegen Stars ja Leute direkt erste Runde win nice also diese Challenge geht schon mal gut voran und ja jetzt sagen gehen wir direkt in die nächste Runde rein und ja falls ihr mehr Brawl Stars Videos sehen wollt dann abonniert den Kanal und sprengt den Like Button okay ich öffne jetzt noch diese Chest und da ist halt noch ein Brock da ist noch ein Daryl da ist noch ein Daryl ja gut Penny ist eigentlich auch richtig stark also ich hab jetzt eigentlich Glück hätte ich jetzt zum Beispiel jetzt Poco oder so gekriegt man ist richtig schwer weil wir müssen mindestens bei drei Games müssen wir mindestens zwei Wins holen das ist die Challenge und auf jeden Fall falls ihr nicht denkt dass ich das live mache also hier direkt Drehung hier schießen damit ihr jetzt hier kein Ausreden habt dass ich das hier auf jeden Fall live mache ohne wie ist das anders oh oh mein Gott Leute noch zwei übrige Zins wir sind dritter geworden jetzt müssen wir den Win holen wenn wir jetzt nicht den Win holen dann haben wir die Challenge verloren Leute ich hoffe auch mal dass wir diese Challenge gewinnen das wäre auch dann auch mal stark wir haben eine Pipe als Mate nice okay gut entscheiden wir mal einen guten Nate Lars und Karl Lars und Rico bei den man mit verteilt wir dürfen nicht sterben wir dürfen nicht sterben nein nein was wir hatten uns beide geholt ich würde sagen Leute wir machen noch eine Runde eine Bonusrunde Leute komm eine Bonusrunde noch in dieser Runde müssen wir jetzt den Win holen in dieser Runde müssen wir jetzt den Win holen wenn wir hier nicht den Win holen dann haben wir die Challenge verloren Leute ich werde jetzt nicht mit eine verkackte Challenge in dem Video raus gehen ich würde sagen ich würde sagen wir haben den Win holen wir haben den Win holen wir haben den Win holen nur noch den Poko und sein Mates gespotten ja ich kann nichts machen Leute Hauptsache mein Mate lebt noch und ja ich hab keine Ahnung was der macht aber egal Hauptsache ich bin wieder da ich muss jetzt die Wunde oh mein nein 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 ich bin tot oh mein Gott ich hab's noch geschafft mein Mate muss jetzt zurückkommen komm wir machen jetzt nicht so schwer ich muss zweiter werden wir müssen zweiter werden weil er ist das zu schwer mit null cubes komm zweiter zweiter wär auch gut also zweiter ja komm eine Level das ist wirklich die letzte ohne scheiße jetzt ohne scheiße sind jetzt die letzte Leute weil das Video muss auch lang gehen nicht so kurz die letzte Runde Leute ich hoffe jetzt holen wir den Wunden wenn wir jetzt den Wunden holen wird es irrenhaft wenn nicht dann nicht aber egal oh mein Gott ich spawn direkt neben meiner Chest und mein Mate ist ein Carl egal Carl ist voll stark ich geh mal direkt auf diesen Poco hier drauf oh direkt da drauf oh mein Gott er heißt Hacker also er ist ein Hacker oh zweier P erholt mich erholt mich eiskalt pass auf ja er ist tot auf jeden fall ja schaut bei mir vorbei ich hoffe das video hat euch gefallen leute ähm ja und ja euer was soll ich alle ciao